Hallo an alle! Ihr wollt also die Drohnen eurer Träume finden? Dann seid ihr hier genau richtig! Der Perfect Top Kanal ist der Kanal, den ihr verfolgen solltet, um über Amazon-Neuheiten auf dem Laufenden zu bleiben. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, stellen wir heute die 5 besten Drohnen im Jahr 2023 vor. Seid ihr bereit? Dann abonniert den Kanal und drückt auf die kleine Glocke, um keine unserer neuesten Videos zu verpassen. Los geht's, viel Spaß! Dieses Modell wurde für die Navigation aus der First-Person-Perspective konzipiert. Man muss also ein Virtual-Reality-Headset tragen, um sie zu steuern. Dieses wird natürlich mit der Drohne mitgeliefert. Ein solches Gerät ist also wirklich perfekt, wenn Sie vollständig in die Welt eintauchen möchten. Dieses Modell ist wirklich toll, weil es komplett ist. Es hat zum Beispiel ein eingebautes GPS, was bei dieser Art von Gerät selten ist. Aber es hat auch eine automatische Vermeidung von Hindernissen und eine automatische Rückkehr zum Besitzer. Es hat eine Reichweite von 10 Kilometern, was wirklich bemerkenswert ist. Außerdem kann es eine Spitzengeschwindigkeit von 100 kmh erreichen. Die Akkulaufzeit hingegen beträgt 20 Minuten. Neben all diesen tollen Funktionen ist sie auch noch sehr leicht zu bedienen und hat eine Lernkurve, die durch die vielen Komfortsysteme erleichtert wird. Wenn es ihre erste Drohne ist, bietet das Unternehmen auch einen Simulator für Smartphones an, mit dem sie sich vorbereiten können, bevor sie die Drohne in echt fliegen. Mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Modell sehr einfach zu bedienen. Außerdem wiegt es weniger als 250g. Es erfordert also weder eine Schulung noch eine Online-Registrierung. Somit ist es perfekt für Anfänger geeignet. Das Aufladen erfolgt über USB-C und die Übertragung über OkuSync 2.0. Sein Motor hingegen ist ziemlich leistungsstark. Die Reichweite beträgt 10 Kilometer, die Fernbedienung ist praktisch und einfach zu bedienen und es ist möglich, Aufnahmen in 4K auf die Speicherkarte zu speichern oder in Full HD live auf das Telefon zu streamen. Wir empfehlen Ihnen besonders, wenn es sich um Ihr erstes Gerät handelt, das Flymore-Paket zu wählen, in dem Sie alle wichtigen Zubehörteile sowie ein Schutzpaket für einfache und angenehme Flüge erhalten. Das große Plus dieses Modells ist ein Sensor. Dieser ist nämlich ein echtes technologisches Juwel und hat zudem eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse. Sie ist also perfekt, wenn Sie eine Drohne wollen, mit der Sie Videos aufnehmen können, sowohl für Amatoren als auch Profis. Außerdem brauchen Sie keinen Führerschein, um sie zu fliegen. Das Gerät ist zusammenklappbar und leicht. Außerdem hat es einen sehr schönen Controller, der sowohl ergonomisch als auch einfach zu bedienen ist. Die Übertragungstechnologie ist die Version 3.0 von OkuSync. Dank dieser hat es eine Reichweite von 8 Kilometern sowie einen mehr als soliden Videostream. Es hat auch mehrere Autopilot-Modi, was perfekt ist, wenn Sie komplexe Manöver einfach durchführen möchten. Sowohl die Fotos als auch die Videos sind von ausgezeichneter Qualität. Beachten Sie jedoch, dass die Blende nicht verstellbar, sondern fest auf F2.8 eingestellt ist. Diese Drohne ist perfekt für diejenigen unter Ihnen, die ein kleines Budget haben und nicht ein Spitzenmodell investieren können. Für etwas mehr als 100 Euro Steals gerät perfekt für Anfänger und das jüngere Publikum. Es ist also perfekt, wenn Sie noch nie eine Drohne besessen haben und sich nicht sicher sind, ob Sie zu viel Geld darin investieren möchten. Die wiegt 80 Gramm, ist also sehr leicht und liegt gut in der Hand. Für Kinder ist sie sehr interessant, da sie ein Bildungsprogramm anbietet, mit dem schon die Kleinsten das Koordinierungssystem lernen können. Die Kamera hat 5 Megapixel und kann 720 Pixel 30 IPS filmen. Die Akkulaufzeit beträgt 13 Minuten und die maximale Geschwindigkeit liegt bei 8 Metern pro Sekunde. Außerdem hat sie eine Reichweite von 100 Metern und verfügt über interessante Funktionen wie einen automatischen Start und eine automatische Landung sowie das Ausfüllen von Kunststücken. Dieses neuste Modell ist wirklich unglaublich. Mit einer Akkulaufzeit von 46 Minuten und einer hervorragenden Bildqualität ist es möglich in 5,1K zu filmen. Es hat einige interessante Funktionen wie Hinderniserkennung und automatisches Fliegen, aber auch die Modi Master Shot Focus Strike und Active Strike 5.0. Außerdem ist das Modell kompakt und sein O3 Plus Übertragungssystem ermöglicht eine Reichweite von bis zu 15 Kilometern. Damit ist sie perfekt für Fotografen und Videofilmer, die ein leichtes, einfach zu fliegendes und in der Aufnahme begabtes Gerät suchen. Wir sind schon am Ende dieses Videos. Die Links zu den einzelnen Produkten findet ihr in der Infoleiste. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal und drückt auf die kleine Glocke nach oben, um weiterhin unsere neuesten Videos zu erhalten. Wir sagen, bis bald für eine neue Hightech Top 5. Bis bald!